So, und weiter geht's mit der nächsten Folge direkt im Anschluss. So, hier war ich schon. Oh, da war ich auch schon. Aber irgendwann hatte ich ja noch so ein Kist, die konnte ich anfangs noch nicht erreichen. Ja, natürlich auch. Ich brauche ihn nicht. Das ist, das ist weiter hinten. Weiter vorne, meine ich. Ups. Na ja, die können eh nix. Hm, handeln. Komm, hier, gleich den Lichtstrahl. Der Ruff. Ja, das war schon ordentlich. Aber hat nicht viel gebracht. Na gut, weiter geht's. Hm, aufnehmen tue ich ja. Gut. Da ist die Krähe. Ja, klar. Gut. Da ist die Spinnen. Ja, komm, die mag ich auch mal. Das ist jetzt überhaupt überraschend scharf. So, um die kann ich viel leisten, dann weiß ich es nicht. Also, kommen wir mal zuerst raus. Verwund mal durch Feuer. Schön, schön. So, um die Zahne zu kochen. So, um die Zahne zu kochen. So, um die Zahne zu kochen. So, jetzt müssen wir eigentlich ohne Magie und sonst was weitertragen. Ja. Einfach verdammt. Boah, das ist schon einfach verdammt. Das ist schon einfach. Jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet, was ich bekommen habe. Aber einfach nur weitergedrückt. Oh, mein Gott. So, das frau ich nicht. So. Ach, mal mit der Taste. Hab ich hier irgendwas was wir einsammeln können. Ne. Ich glaube, die Stimmung ist immer noch mal mit, Moment. Ungeschliffener Zwarad mal zwei. Oh, ich kann hier wieder aufsteigen mit Rubella natürlich. Und ich wollte hier weitermachen, ne? Ja. Gut, jetzt muss es vorher erst. Ah ja, und ich wollte bei den Okuli schauen. Äh, nicht herstellen. Zwei Stück haben wir. Brauchen wir mal einen dritten, dann kann man nämlich einen größeren draus machen. Oder? Moment. Ja, einen haben wir eingesetzt und einen haben wir... Ach so, ja. Moment. Genau. Jetzt würde ich mal was machen. Äh... Lass das zum Wechsel hinein. Ähm... Ja genau, herstellen. Ach so, es kam hiervon. Geschliffener Smaragd. Hm. Nettes Geklimper. Ein geschliffener Smaragd. Der kann ein bisschen mehr. Ähm... Zurück. Und jetzt packen wir den hier wieder hin. Erhöht den Erdbeerstand um 14%. Zum Beispiel. Genau. Das wollte ich noch machen. So. Das sind Erdmonster. Oh, gerade schon viele. Äh... Welchen Stock normal ist es? Die Spinne. Und den als erstes beseitigen. Moment. Wie kommt man zurück? Kuh? Ah. Handeln. Keep. Auf den. Handeln. Das ist hier. Bolero. Das ist voll weit. Machen wir das mal. Und hier. Ja, auf alle. Und... So. Also so fast das Breakout. Und keine Chips vor irgendwelchen negativen Effekten. Vergiftungen. Whatever. So. Die Gleife machen. Um auszubremsen. Tanken wir mal ein bisschen hier auf. Also Licht auftanken. Das wir weiter produzieren können. Und das ist schon passiert. Egal. So. Ja. Auf jeden Fall unterbrochen. Und das war's nicht ganz. So. Wir haben ein Schnellverfahren. Wunderwert. Stufenanstieg. Fortsetzen. Hinderter. Gut. Ich mach hier einfach mal weiter. Ja. Da sie nur einen Zauber hat. Und relativ nahkampflastig. Naja. Geht so. Sie ist so aus Magie und Schadenszauberer. Und die... Wie wissen nochmal? Ego Bella ist so ein bisschen... Ja. Ego Bella ist so ein bisschen... Joa. Super Zauberer. Und Neukämpfer. Ähm. Ja. Habe ich jetzt was gesehen? Ja. Ne. Wunderwert. Wunderwert. Hier war das irgendwie sowas. Wo war das? Da kann der nicht hoch anfangen. So. Der Spiel hat mir scheißegal. Das war hier am Anfang. Das war vor der Stelle, wo der Schwert gefunden habe. Und hier war's. Die Wolle spielen. So. Hopp. Ein Schlag. Eine Spinne. Und ein Vieh. Eine Spinne. Und ein Vieh. Die Spinne. Ich muss erstmal halbwegs ignorieren. So. Wo war euer Feuer? Schön. Jetzt können die Spinne ausgeronnen. Schön. Ich bin unterbrochen. Gut. Ungeschriftmesser 4. Jut 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 Jut. Ja, ups, ja egal, da ist nichts, da waren wir schon, den haben wir schon bekennt, ist hier oben was Neues, ist schon eine Spinne, auch so ein Teil, achso, unbeschliffenes Charakt, na gut. Ah, vielleicht hat die auch was vor uns, vielleicht überraschend, klar, und das hier, da sterben wir von der Sorte, na, mal gucken, gleich mal mit dem Räderrad an, ne, ja, mal jetzt. Okay, da kommt noch nichts. Ja, krass, das ist egal. Robbing aus, nochmal aus Robbing. Gut, äh, nichts gefunden, also hat sich der, hätte wir uns den Kampf auch sparen können, na gut, bisschen XP-Rinz, XP-Rinz, äh, den haben wir auch noch nicht bekämpft, in unseren Fliegeviecher. So, der ist mir fast egal, ne, handeln, Berumpelung, so, den rennt sich mal aus, handeln, den rennt sich mal aus, lieber, weil ich mir mal den Windstrahl auf den machen, und der, der sie immer macht, cool, äh, Heiler, verteidigen. Schön, und. So, ja, wo der sich dann geschlagen kommt, weil er schon angeschlagen war, wo ich lieber den angreifen muss, dann soll ich mit ihr, äh, eventuell müssen wir sich mal verteidigen, aber jetzt gucken, so. Ne, ah, egal. Das war das. Das gibt's. Das ist jetzt von Boris, außerhalb Stufenanstieg, mal wieder für Rubella. So, jetzt muss ich mir was anderes kaufen. Fertigkeiten, Rubella, erstmal, wollte ich hier weitermachen, Rubella, Ocoli, die herstellen. Ich brauch noch einen roten, zurück, haben wir einen roten mehr, haben wir keinen roten über, äh, Kuppel, ne, zurück, Ocoli, zwei, ne, wir haben nur einen roten, dann muss ich den mal entfernen. Achso, entfernen, so, ne, so entfernen. Gut. Zurück, Ocoli herstellen. Flupp, flupp, flupp. Unbeschliffene Diamant, weil der kann doch irgendwas. Äh, ja. Erhöht das Tempo um eins. Wenn wir da mal rein, was. Ich steuere jetzt die Vorbereitung um eins. Hm. Na gut, äh, Tempo um eins. Das gebe ich hier einfach mal. Ähm. Und ich dachte ich was anderes, aber okay. Irgendwo war doch, ist es im Inventar? Äh, Ausrüstungslinge schon, vielleicht kriegen wir ihn später wieder. Oder irgendwas, was praktisch die, äh, die erhalten XP erhöht. Bekenntnisse? Achso. Da hätte ich keinen Ocoli, Kuppel, Options, Ordnung, Medizin, nur Bekenntnisse. Naja, wie auch immer. Boah, ich wollte eigentlich, dass ein siegiges geschmiertes Pepe kommt. Ich weiß jetzt nicht, wo das bloß das gab. Naja, wenn einer das weiß, kann er es mir erzählen. O.O. Wollte ich hier hin? Und hier, nein. Gut. Da war ich schon. Oder greife ich ihn an. Weil die offense kann. gut ich habe mich mit der taster konnte man schnell fliegen ja Wo mache ich das? Keine Ahnung. Naja, nervig. Da geht es weiter. Habe ich da schon was geguckt? Wahrscheinlich. Ja genau, da war ich meine Fliegel, Vieh, Dings. Whatever. Oh, jetzt haben wir auch einen Zaubertrank. Mit dem? Den haben wir glaube ich noch nicht gekämpft. Ich handel mal und ich lichtstrahl auf sie, die Geist. Und er haut mal drauf. Ah, der hält das Feuer aus. So, das reicht schon. So, das reicht schon. Und hier. Ich will mal weiter was gucken. Fertigkeiten. Nein. Okuli. Okuli herstellen. Blau. Ich glaube mit blau und rot kommen wir auch. Ah, wir haben ja nur einen roten. Von vorne. Oder was war das? Blau und rot. Okuli. Herstellen. Tipp. Genau. Blau und rot ergibt lila. Das müssen wir auch nochmal wissen. Das geht. Aber was ist bringt man nicht. Ich glaube nicht. Ähm. Und ansonsten muss man mal gucken. So. Hier ist glaube ich nur ein. Aha. Ein Angriff während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriffs auszuweichen. 5%ige Chance. Das machen wir auch nicht schlecht. Das wäre ja gar nicht was für sie, aber... Ok. Lassen wir weiter zu. So. Hier ist. Komm mal rein. Verspricht auch durch. Ja. Ah, das war das. Moment. Ist da irgendwo was versteckt? Und weiter. So. So. Hier links. Nicht weiter, oder? Doch. Kann man ja nicht hoch. Ja. Mal gucken. Ich will mal ein bisschen alles abzügen. Ne? Typisches Rollenspielerverhalten. Mit Furzabzügen. Oh shit. Stärke. Stärke. Ja. Tschau. Was ist hier? Links zum Altaffen Mathildes. Gut. Was ist das? Da machen wir auch nicht. So. Wiederbeleben. Ist hier drin. Zwei ungeschliffene Rubine. Ui. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Jetzt ruhig mal da. Lila und... Lila mischen. Ja. So. Das sind fettere Fücher. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der hat ja beschleunigt. Also überhoffe ich einfach mal. Und zieh. So. 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 Das heißt, die deutsche Übersetzung glaube ich ein bisschen holprig, ich bin verschlossen, das macht mir nicht verdrossen. Naja. Aurora Borealis, aha. Ja, sogar. Dass man diesen Käse irgendwo aufstellen kann, das sind nur Playpunkte im Döns, da muss man was bringen, keine Ahnung. So, das war für mich entschlossen, ne? Ja, entschlossen, das macht mir nicht verdrossen, genau. Ja, schön. Sommer, das war doch irgendwo noch so eine Kiste, davor war so, ja sowas nicht. Das ist ja schon nicht schwierig, eine ganze Folge mit solcher Sucherei. Ja, naja, gut. Rechts ein Kloster und links ein Matildes. Altar, muss ich einfach mal machen. Das ist der Altar von Matildes, ich gehe mal nochmal durch. Also, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. So, hoppala. Irgendwann muss das noch gleich sein. Die hat mir doch schon. Ja genau, weiter geht's. Ja, gut, dass ich nicht viel gefragt habe, ich habe gesagt, äh, ich weiß nicht, was weiß ich. So, äh, kann ich da vorher nicht hin? Guck mal, schön. Ich kann mich nicht bekämpfen, meine Spinne ist dabei, mal gucken, die habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Könnte was Interessantes für uns haben. So, jetzt machen wir es mal so, simpel. Ich glaube, es ist dick, ich nehme es gerade schwer hier. Aus dem Leben, die Gegner sind mittlerweile etwas unter dem Niveau. So, der Koch ist auch gut. Gut, ich werde abgehört, du stückstückst, du stückstückst, das ist auch gut. Fortsetzen, fortsetzen. So, erstens, will ich hier weitermachen mit ihr. Böller hat nichts aufzusteigen, zurück. Okuli. Okuli herstellen. Ne, zurück. Den entfernen wir mal. Okuli herstellen. Ungeschliffene Armee-Test. So. Zurück. Na. Ne. War auch nicht das mit den XP. So, ungeschliffene Diamant. Beschleunigt die Vorbereitung um 3%. Naja, auch nicht schlecht. So, das haben wir noch. Gut, Aurora. Zurück. Ja, auch einiges. Ja, gut, machen wir später. Kommen wir uns später mal in Ruhe drum. Und das eine Teil würde ich noch finden. Wo dieses Vieh unten war. Das haben wir ja schon gefunden. Vor ziemlich am Anfang. Da müssen wir ja eh hin. Gruppe. Äh. Da steht es doch. Durchquerst du zur Linken den Altar. Betrittst du den Dornenbaum für wahr. Ja, Luft ist zu mild, Herr Glühwurm. Nikolos. Aurora. Wie groß ist eine Nadel? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht... ...der wie ein Ast ist. Sicher, das wäre fein. Meine Fräse. Aber kann man ganz schwer hinterher... ...mittel nachlesen. Beziehungsweise vorlesen. Manchmal ein bisschen schnell. So, da haben wir Nikolos gefunden. Ja, jetzt die Spinde lasse ich erst mal stehen. Hengor war doch so ein... Oh, das ist gut. Hm, muss ich später mal nachgucken. Ja, in Folge. Oder war es noch weiter früher. Noch viel früher. Ich meine, sie war unbewaffnet. Hatte sie da schon die Nikolos gefunden? Okay, machen wir den Kampf noch. Ich versuch's mal schnell abzustecken. Ob jetzt nicht ganz so schnell geht. Ausgewichten. Oder egal. So, gepanzert. Oh, doch. Panzert. Keine Übersetzung von getankt. Uuuh. Keine schlechte Übersetzung von getankt. So, einfach so, ich will den Kampf gerne schmähen, den ich hab. Und ich bringe... Wo ist die Bar? Ja. Hier ist der Kino-Rational. Eins. Ja. Ich hab' ein paar aus... Durch Feuer ist immer gut. Hab' ich noch weggefunden. Ja. Wie ich das mach' keine Ahnung. Ist da noch irgendwie runter? Was ist das, was ich suche die ganze Zeit? So sieht man natürlich nicht so gut aus. Achso. So. Machen wir es mal halbwegs strategisch an. Wie rennen wir aus? Wie kenne ich als erstes? Wie kenne ich ihn? Wir versuchen sie immer zu unterbrechen. Ja, ist ganz super. Verlangen wir an. Machen wir mal auf die Draube. Achso, wir haben wir auch mal raus. Das wollen wir verlangsamt. Das kann ich auch verlangsamt. Indirekt. Ja, indirekt. Ich mach das. Ich bin zauber, aber gut. Sie hatten wieder einen Stufenanstieg. Unten bis mitten unten gefunden. Was ist drin? Zwei Zaubertränke. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, nachdem wir... ... noch mal abgesucht haben... ... mach ich noch mal eine kleine... ... oder unterbrechen wir diese Folge auch. Gut, okay. Und dann mach ich direkt auch im Anschluss noch mal weiter. Die nächste Folge. Und dann kommen wir hoffentlich auch endlich mal zu was gescheiten. Statt nur alles abzusuchen. Wie so ein typischer Rollenspieler. Keine Ecke hier nicht untersucht lassen. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem... Bis denn dann!